Herzlich willkommen zu dieser Gruppenmanifestation für dein Ziel, egal ob es ein Umsatzziel ist oder ein gesundheitliches Ziel. Es ist dein Recht, dein Leben so zu leben, wie du es gerne möchtest. Und genauso ging es mir auch als alleinerziehende Mama. Mit wenig Geld habe ich mich auf der Suche gemacht nach Methoden, wie ich am schnellsten da rauskomme. Oder immer wieder, wenn dieses Gefühl kommt, ich kann auf einmal dies nicht und das nicht. Mit dieser Methodik kam ich immer wieder raus und in das nächste größere Ziel. Das nennt sich Gruppenmanifestation. Eine Technik, die ich entwickelt habe, mithilfe der vielfachen Gedankenmanifestationskraft, Ziele mit anderen Menschen gemeinsam sich vorzustellen, zu denken, zu erreichen. Das machen wir in der Therme Erding. Dort spricht jeder sein eigenes Ziel auf und alle anderen stellen es sich mit vor und geben in diesen Raum noch mehr Informationen hinein. Das können wir hier online nicht machen. Das würde zu lange dauern. Aber hier habe ich eine richtig coole Technik, eine Meditation entwickelt, wo wir gemeinsam gleich durch das Wurmloch fliegen und du auf ein höheres Energielevel kommst, um dieses Energielevel deiner Zukunftsidentität schon heute einzunehmen. Du wirst heute angeglichen an dein zukünftiges Ich und erreicht es damit so viel, viel leichter. Dazu danke ich dir, dass du dafür offen bist, dass du hier dabei bist, dass wir immer mehr Menschen mitnehmen können an diese neue Bewegung. Und machen wir uns noch einmal bewusst, die Zukunft ist ja nur die Verlängerung des jetzigen Momentes. Wenn du also eine Wohlfühl-Zukunft möchtest, deine leichte Zukunft, dann fühl dich jetzt genau so, wie du die Zukunft möchtest. Fühl dich jetzt wohl, fühl dich jetzt finanziell frei, fühl dich jetzt gesund, fühl dich jetzt sicher, getragen und geborgen. Und oft ist das Problem, wenn man finanzielle Freiheit möchte, man kennt das Gefühl nicht von finanzieller Freiheit, dass man es nicht fühlen kann. Und deswegen möchte ich dir helfen, diese Gefühle jetzt gleich zu fühlen, damit du das ab sofort in dein Leben ziehst. Und damit bist du eingeladen, dich angenehm aufrecht hinzusetzen, nicht zu legen, wirklich ganz präsent zu sein, einmal tief ein- und auszuatmen. Atme durch die Nase ein und durch den offenen Mund. Atmest du all das aus, was dich belastet, bedrückt, die Schwere, die Sorgen, die Gedanken, die alten Gefühle, diese Ängste, diese Zweifel. Atme all das aus, stell dir vor, du atmest es aus und vor deinem Mund entsteht eine graue Wolke. Da atmest du das alles hinein, aus deinem Körper, aus in diese graue Wolke. All die Zweifel, Sorgen, Ängste, Gedanken, all diese Gefühle. All das, was sich dein Kopf denkt, was nur in deinem Kopf passiert, was du aber auch fühlst, was aber nicht real ist, was eine Illusion ist. Und das atmest du weiterhin aus, in diese graue Wolke und beobachtest bitte, wie du dich schon jetzt fühlst, was verändert sich schon jetzt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du alles in diese Wolke hineingepackt hast, alles undienliche, schmerzhafte, Sorgen erfüllende, klein, klein haltende, dich schlecht machende, jeder Gedanke, der nicht dazu beiträgt, dass du alles kannst, alles schaffst, alles wert bist, dass das Beste für dich ist, das Beste auf dich wartet, du nur das Beste verdient hast und du alles erreichen wirst, was du dir vornimmst. Alle Gedanken, die nicht so in diese Richtung denken, atmest du in diese graue Wolke und dann nimmst du einen großen Luftzug und pustest mit dem nächsten Ausatmen diese Wolke ganz weit weg. Und schaust zu, stellst es dir in Gedanken vor, wie sie weiter und weiter wegfliegt bis weit in den Horizont hinaus, durch die Schallmauer und in dem Dunkeln des Universums einfach verschwindet, einfach alles verpufft, nicht mehr existiert, nicht mehr da ist. Und du machst das so, wie du das machst, für dich genau richtig. Sei es dir wert, mach richtig mit. Und dann kannst du dir vorstellen, dass aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, tief in die Erde hinein, bis in den goldenen Erdkern und krallen sie sich fest an Gold, Rubinen, Edelsteinen. Und so manifestierst du jetzt schon Fülle in deinem Leben. Es ist jetzt schon real. Und diese Energie von Gold und Edelstein wandert über die Wurzeln hoch und trifft gleich auf deine Füße. Und zwar jetzt. Jetzt trifft diese Energie von Fülle auf deine Füße, wandert höher über die Waden, die Knie, die Oberschenkel, das Becken, unterer Bauchraum, unterer Rücken, oberer Rücken, Brust, Schultern, Arme, Hände, Finger, Hals, Kehlkopf, die Wangen, Mundhöhle, die Nase, die Augen, linke, rechte Gehirnhälfte bis in die Haare, die Haarspitzen. Und diese goldige Energie vertreibt all das Undienliche, das Krankmachende, auch das, was den Mangel verursacht, all dieses Klein-Klein, diese Verspannung, dieses Nicht-an-sich-Glauben, All das wird vertrieben. Es kann sich dieser goldigen Energie nicht halten. Es ist eine hochschwingende, reine Energie aus der Erde. Denn die Erde ist ein lebendes Wesen. Die Erde ist deine Versorgerin. Sie versorgt dich mit Energie für deine Fülle, deinen Umsatz und auch deine Gesundheit. Und stell dir vor, wie aus dem Kosmos ein Lichtstrahl auf dein Haupt, auf dein Kopf fällt, in einer Farbe deiner Wahl. Und dieser Lichtstrahl durchflutet deinen Kopf, deine Gehirnhälften, deine Wirbelsäule und trifft auch wieder auf die Erde. Und so bist du jetzt verbunden mit der Erde und dem Kosmos. Ying aus der Erde, Yang aus dem Kosmos. Du bist angebunden, bist in Harmonie. Fühl mal den Unterschied. Vielleicht fühlst du, spürst du was, vielleicht auch nicht. Das ist absolut okay. Du erlebst es so, wie es für dich gerade richtig ist. Und in dieser Energie kannst du einen Schutzspruch für dich sprechen. Ich spreche ihn dreimal. Du kannst ihn einfach mitsprechen. Ball aus Kristall, all überall, hülle mich ein, lass nur Licht und Liebe hinein. Ball aus Kristall, all überall, hülle mich ein, lass nur Licht und Liebe hinein. Bist jetzt also sicher, getragen und geborgen. Und du stellst dir vor, dass dein Körper, der jetzt so goldig aufgeladen ist, mit der Energie der Erde und des Kosmos, dass du durch dein Ausatmen in deinem Raum, wo du dich befindest, diese ganze gesunde und fülle Energie verbreitest. Befüllst diesen Raum, in dem du dich befindest und kannst den ganzen Tag oder die ganze Nacht auf diese Energie zurückgreifen. Außerdem weißt du vielleicht schon, dass du deinen Körper hast, um hier auf der Erde eine Erfahrung zu machen. Und du bist viel mehr als dieser Körper. Um dich herum ist ein Energiekörper, ein Energiefeld. Manche nennen es auch Aura, ich nenne es einfach Energiekörper. Das hat die Wissenschaft auch nachgemessen. Wurde schon um drei bis fünf Meter gemessen. Nicht nur bei uns Menschen, auch bei Tieren und Blättern. Da ist eine Energie um dich herum. Nimm die mal wahr. Vielleicht kannst du sie auch nicht wahrnehmen, das ist auch okay. Dann stell dir einfach vor, um dich herum ist eine Energiekugel wie ein Ball. Ein Meter um dich herum. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, zur Seite. Diese Energiekugel reicht auch in die Erde hinein. Oder durchdringt den Stuhl, auf dem du sitzt. Es ist Energie. Und diesen Energiekörper, den dehnen wir jetzt gleich gemeinsam aus, machen ihn unendlich groß. Denn du bist ein unendlich großes Wesen. Du bist nicht nur dieser Körper. Dieser Energiekörper, den stellst du dir jetzt einfach mal vor. Nur diese Energie um dich herum, dehnt sich jetzt um weitere drei Meter aus, in alle Richtungen. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, zur Seite. Dieser Energiekörper dehnt sich jetzt aus, um zehn Meter in alle Richtungen. Du verlässt also damit den Raum, in dem du gerade dich befindest. Du dehnst dich weiter aus, verlässt die Straße, die Nachbarschaft, die Stadt. Du verlässt das Land, den Kontinent und gleich ziehst du weiter hoch hinaus, kommst gleich an der Schallmauer, durchbrichst gleich die Schallmauer und zwar jetzt. Du bist jetzt im luftleeren Raum. Oh mein Gott, was für ein Gefühl. Du bist jetzt in dieser Schwerelosigkeit im Weltall. Du dehnst deinen Energiekörper noch weiter aus. Du ziehst am Mond vorbei, an den Nachbarplaneten, Saturn, Venus, Merkur. Ziehst am letzten Planeten unseres Sonnensystems vorbei, den kleinen Pluto. Und du verlässt gleich die Milchstraße, unsere Galaxie. Dehnst dich weiter aus und siehst immer noch mehr Galaxien, wie kleine Schneckenhäuser. Nimmst du diese Galaxien wahr und dehnst dich immer weiter aus. Weiter und weiter. Du bist jetzt unendlich groß. Fühl mal, wie dein Körper sich jetzt erholt. Wie dein Körper auch diese Enge verlässt. Wie die Zellen deines Körpers wieder diese Zellzwischenräume halten können. Und in diesen Zellzwischenräumen ist ganz viel Energie. In diesen Zellzwischenräumen, in den Mitochondrien, in den Kernkraftwerken, in deinen Zellkernen. Überall ist Energie. Und diese Energie kannst du jetzt wieder auffüllen mit der Energie aus Mutter Erde, aus dem Kosmos. In deinem Körper findet Heilung statt. All das Leere, all der Mangel verlässt jetzt deinen Körper. Alles füllt sich auf mit der goldenen, lichtvollen Energie. Mit Fülle. Mit Liebe. Mit Harmonie. Mit Freude. Mit Begeisterung für das Leben. Mit dem Gefühl des fest entschlossenen, erfolgsentschlossenen Vorangehens. Mit dem Gefühl des Friedens. Innerer Frieden mit dir, mit allem was ist. Mit dem Gefühl der absoluten Bereitschaft, auf das Leben zuzugehen. Alles zu geben für dein Ziel. Und somit bist du ein ausgedehntes Wesen und spürst mal diesen Unterschied. Diesen Unterschied in deinem Körper. Und dann erinnerst du dich an dein Ziel. Was hast du für ein Ziel? Erinnere dich vielleicht an dein Businessziel oder ein Gesundheitsziel oder ein Projekt. Welches Projekt möchtest du ins Leben bringen? Und du stellst dir dieses Ziel jetzt schon vor. Wer, was oder wie bist du, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Wenn dieses Umsatzziel oder das Gesundheitsziel oder das Projekt bereits ist. Wie fühlst du dich? Wie bewegst du dich? Wer bist du in diesem Ziel? Fühl das so richtig. Und wenn es dir leicht fällt, kannst du dir vorstellen, wie im Film Matrix, wo Nemo irgendwann in diesem weißen Raum ist. Stellst du dir auch so einen weißen Raum vor, wo du nicht weißt, wo Anfang und Ende ist. Gib einfach in dem Universum so einen weißen Raum. Und in diesem Raum betrittst du jetzt und dort stellst du dir alles vor, wie es sein soll. Wie eine Umkleidekabine. Du probierst deine Zukunft an. Vielleicht passen ein paar Sachen. Vielleicht merkst du auch währenddessen, davon will ich noch mehr und davon will ich mehr. Oder wenn das so ist, dann brauche ich ja auch noch das. Oder wenn ich das habe, dann ist das vielleicht doch nicht so gut. Probier es einfach an. Deine Zukunft. Von dem noch mehr. Von dem. Oder davon weniger. Oder das will ich haben. Und das will ich haben. Probier es einfach an. Du darfst dir alles erlauben. Alles, was für dich gut ist. Und so viele Menschen wie möglich ein Vorteil ist. Das Universum supportet dich. Je mehr Menschen auch davon profitieren. Und jetzt, wo du gerade schon so im Universum bist, in dieser Energie bist, das Gefühl, ich bin alles und nichts. Ich bin alles und nichts. Ich bin eins mit dem Leben, mit dem Universum, mit dem Schöpfer. Ich erinnere mich an meine Schöpferkraft. Ich erinnere mich an dieses Gefühl, wie ich als Kind mich sicher getragen und geborgen fühlte. Ich erinnere mich an dieses Gefühl, dass ich alles erreichen kann, was ich will. Und gleich verlassen wir diese Timeline, in der du dich jetzt gerade befindest. Es ist die Timeline deines jetzigen Ichs, deiner Kernidentität. Es ist die Timeline deiner jetzigen Energie, deiner jetzigen Frequenz, mit der auch du nur Ergebnisse erzielen kannst, die dem Jetzt entsprechen. Deswegen verlassen wir gleich diese Timeline. Du kommst auf die Timeline deines zukünftigen Ichs. Bereite dich darauf vor. Stell dir vor, du siehst in diesem Weltraum, wo du dich gerade befindest, ein Wurmloch. Irgendwo da hinten ein schwarzes Loch, ein Wurmloch. Und es zieht dich irgendwie magnetisch zu diesem Wurmloch. Es fühlt sich auch so richtig an. Du hörst vielleicht auch ein Geräusch von diesem Wurmloch. Und du spürst, wie du immer näher hingezogen wirst. Immer näher und näher. Und gleich auf drei gibst du dich in dieses Wurmloch hinein. Und du fühlst dich dahin gezogen. Erst bei drei, noch nicht jetzt. Bei drei gehst du da vollkommen durch. In einem friedvollen Gefühl, in vollkommenem Vertrauen. Du bist sicher und geborgen. Denn du weißt, du kommst auf der anderen Seite, der anderen Timeline deines Zukunfts Ichs hinaus. Also, wir sind jetzt bei eins. Du bist näher und näher. Es wird immer schneller. Du fühlst dich immer mehr dahin gezogen. Und zwei, es zieht dich jetzt richtig hinein. Du machst dich bereit. Denn jetzt bei drei fliegst du durch. Du fliegst jetzt durch. Es fühlt sich einfach wow an. So friedvoll, so ruhig, so leicht. Es ist alles, alles fällt von dir ab. Es ist einfach nur wow, wow, wow. Und es geht immer noch durch und durch. Und gleich, noch nicht jetzt, aber gleich kommst du da wieder raus. Auf der Timeline deines Zukunfts Ich. Und zwar jetzt. Du bist jetzt auf der neuen Timeline. Betrachte jetzt diese Frau, diesen Mann, der du bist. Schau dich jetzt einmal um. Du bist jetzt in der Zukunftsidentität. Du bist jetzt das Zukunfts Ich. Wie bewegst du dich jetzt? Wie fühlt sich das an? Was für Menschen sind um dich rum? Was hast du für eine Wohnung, einen Wohnraum? Wie lebst du? Wie kleidest du dich? Von was ernährst du dich? Was isst du? Was trinkst du? Vielleicht kannst du auch erkennen, wie dein Tagesablauf ist. In dieser Timeline deines Zukunfts Ichs. Vielleicht kannst du auch andere Sachen wahrnehmen. Schau dich um. Und schau dich um. Wer bist du da? Wer, was oder wie bist du auf dieser Future Timeline? Auf dieser Timeline, wo du all das hast, was sich das alte Ich noch so sehr wünscht. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Wow, wow, wow. Es ist einfach nur wow. Fühl das. Geh da so richtig rein. Mach das für dich. Fühl dich sicher, getragen und geborgen. Dein Verstand kann das nicht verstehen, muss das nicht verstehen. Fühl dich einfach wohl in dieser Zukunftsidentität. Und so wie du das für dich jetzt machst, machst du das genau richtig. Es ist dein Leben. Sehr, sehr gut. Viele haben Umsatzziele, manche haben Gesundheitsziele, so wie Martina, die wünscht sich wieder einen vollkommen gesunden Körper. Und wer mag, kann sich das für Martina jetzt auch mit vorstellen, dieser Zustand der vollkommenen Gesundheit. Nutze diese Energie und stell dir vor, wie du in der Zukunft mit deinem Ziel dich jetzt schon bewegst. Und in dieser Timeline bleibst du jetzt. Du bleibst da jetzt. Vermitte dich und beschließe einfach, ich bleibe da jetzt. Hier habe ich alles, was ich brauche. Hier bin ich in meiner richtigen Energie. Hier ist auch mein Umfeld in meiner richtigen Energie. Hier sind die Bäume, die Pflanzen, das Essen, das Trinken, das Wasser, die Nahrung, die Musik. Hier ist einfach alles in der richtigen Energie. Hier bin ich richtig. Du kannst also jetzt ab sofort in deinem Tagesbewusstsein da drin bleiben. Du kannst damit dann nachher gut und besser schlafen. All die Zellen teilen sich über Nacht in dieser Energie. Du wirst morgen aufwachen. Du wirst ein neues Energielevel fühlen. Das ist die Lösung. Alles ist Energie. Und Du bleibst in dieser Energie. Und je öfters du das machst, du kannst dir die Aufzeichnung immer wieder anschauen, anhören. Du findest sie in der School Community und auf meinem YouTube-Kanal. Je öfter du das praktizierst, umso leichter wird es für dich. Ich habe das jeden Abend gemacht, um mich energetisch Tag für Tag immer mehr meinem Zukunfts-Ich anzupassen. Wenn du magst, kannst du jetzt in diesem Zustand einfach bleiben. Du kommst langsam wieder zurück. Du kannst immer wieder in diesen ausgedehnten Zustand hineingehen oder zurückgehen. Du kannst in deinem Tagesbewusstsein immer bleiben in dieser höheren Energie. Und auch ich habe meine Party, meine Erfolgsparty in der Stadthalle Erding so manifestiert mit vielen Menschen von euch. Auch am Anfang mit so einer Gruppenmanifestation und bin dafür sehr, sehr dankbar, weil ich dadurch diese Erfolgsparty am 5.10. nun wirklich erleben darf. Mit DJ, mit diesem Friedensgong, mit Naomi, die für euch da ist und für euch eine Karte, eine Erfolgskarte legt. Mit so vielen tollen Menschen. Es ist unglaublich. Das habe ich mir vor einem Jahr noch nicht denken können, noch nicht vorstellen können, dass ich so viele Menschen bewege. Sie kommen sogar aus Schweden, aus Italien, aus der Schweiz, aus Österreich, um in diesem Energiefeld einzutauchen. Und diese Energie, genau Sven Feth wäre noch toll, aber wir haben auch eine tolle DJ, eine Frau. Eine tolle DJ, die sich auch an diese Energie mit der Musik anpassen wird. Und ich freue mich auf euch alle, wenn auch ihr dabei sein könnt oder wenn ihr dafür noch eine Story macht oder wer möchte, kann auch gerne drei Menschen ein Ticket verschenken. Wenn du selber schon ein Ticket hast, schenke ich dir drei Tickets, die du kostenfrei auf die Gästeliste setzen kannst. Dazu brauchst du selber nur eben ein Ticket und kannst es in deiner Community weitergeben und verlosen. Ich stelle euch also jetzt den Link nochmal in den Chat für die Erfolgsparty. Da könnt ihr euch später das Ticket sichern für nicht 79 Euro, sondern für nur 19 Euro oder 39 Euro, wenn du eine halbe Stunde früher einlassen möchtest und das mein privates Erfolgsritual für diese Erfolgsparty mitzelebrieren und erleben möchtest. Und mich interessiert, liebe Martina, wenn du magst, wie ging es dir? Wie fühlst du dich jetzt? Jetzt hast du es auch gleich reingeschrieben. Wenn du magst, kannst du auch kurz dich laut schalten und einfach mal sagen, wie es dir jetzt geht. Ja, also ich habe ganz viel Energie gespürt, wo du das gesagt hast mit der Kugel. Und das war brutal. Das ist so durch mich durchgeflossen. Und ich habe mich halt gesehen, wie ich wieder voller Energie war und wie ich gerannt bin und gehüpft bin. Und ja, also wieder ganz viel in der Natur sein konnte. Und ja, war richtig schön. Schön. Danke, dass du es mit uns teilst. Und wie hat sich das angefühlt, Martina? Hast du das auch gefühlt? Ja, ja. Also ich werde es auch wiederholen und ich versuche das ja immer auszublenden. Also ich versuche mich auf das zu fokussieren, immer was ich möchte. Weil ich ja weiß, wenn ich mich auf das fokussiere, dass ich Schmerzen habe und alles, dann bin ich ja in der Energie und das will ich ja nicht. Ja, und hier eine andere, Martina, hat dir auch geschrieben, dass sie gesehen hat, wie du neben ihr stehst. Ja, in deiner Version, in der gesunden Version voller Leichtigkeit. Also ich danke allen, die auch für Martina das Ziel mit manifestiert haben. Ja, in dem Moment, wo wir das jetzt auch zweimal ansprechen, manifestieren wir mit. Ja, ihr müsst euch bewusst sein, immer wenn ihr mit Menschen über jemanden oder etwas sprecht, manifestiert ihr es. Ja, deswegen danke ich allen, die auch jetzt noch dabei sind, weil alle für dich, Martina, das eben jetzt auch mit manifestiert haben. Und ich danke dir, Martina, dass du auch dafür offen warst. Ja, du bist ja bei mir im Einzelcoaching. Deswegen gebe ich Einzelcoaches auch immer die Möglichkeit, diesen Raum hier mitzunutzen für ihr eigenes Ziel. Das haben wir schon auch mit Sabina gemacht, die damit die 20.000 Euro Monatsumsatzgrenze geknackt hat. Und ich bin auch sehr stolz. Wir haben das auch mit Melania gemacht in der Therme Erding. Ich weiß nicht, liebe Melania, ob du kurz was erzählen magst dazu. Wenn nicht, erzähle ich es. Wenn ja, schalte ich einfach gerne laut. Die Melania ist auch im Einzelcoaching bei mir und hatte ein Problem, was wir mit der Gruppenmanifestation lösen konnten. Ja, hallo. Könnt ihr mich gut hören? Ja, wir hören dich gut. Ja, also ich hatte das Problem, auch ein gesundheitliches Problem, meine Zyste, die einen Durchmesser hatte von vier Zentimeter. Und da habe ich die Anne angerufen und ihr das erzählt. Und da haben wir uns in der Therme Erding getroffen und manifestiert. Und ich war bei drei Ärzten. Ich konnte es selber nicht glauben. Die ist weg. Und ich war erst diese Woche wieder bei meinem Frauenarzt, bei der Frauenärztin und ist nichts mehr da. Ich hatte auch sämtliche Babyzysten an den Nieren und im Brustbereich ist alles weg. Ja, Wahnsinn. Danke, dass du das mit uns teilst. Ja, ich bin keine Ärztin, keine Wissenschaftlerin. Ich kann euch nicht genau sagen, was da passiert. Aber ich bin sehr, sehr froh, denn ich habe viel gelesen, darüber studiert, dass es Menschen gibt, die sich darin trainieren, dass sie schon Operationen machen, wo man wirklich sieht, dass etwas verschwindet. Ja, und das hat mich so fasziniert, dass ich das einfach immer wieder gemacht habe, jetzt seit vier Jahren. Und so froh bin, dass Menschen wie Melania oder Martina dafür offen sind, sich darauf einlassen. Und damit wir auch den Beweis haben, dass wir das als normale Menschen eben auch können. Dazu müssen wir nicht erst in Indien sein oder irgendetwas lange studieren, sondern wir trainieren das eben hier gemeinsam. Und wer sich dafür näher interessiert, ich biete zweimal im Jahr so eine Terminausbildung an. Die nächste ist dieses Jahr wieder Ende Oktober, wo ich euch meine Techniken einfach weitergebe. Da war Melania auch schon dabei. Das ist einfach ein unglaublich schöner Zustand, in dem man da hineingeführt wird. Das ist so der Theta-Zustand. Und in diesem Zustand manifestieren wir eben noch leichter und bekommen auch die Weisheit aus dem Wasser. Denn im Wasser ist ja die Weisheit der ganzen Erde, die ganze Information der Erde. Da bekommt jeder immer den nächsten Schritt, die Vision, die Positionierung in diesem Wasser. Bekommt jeder alles nach wenigen Minuten. Wenn du mal dabei sein möchtest, gib mir einfach nur 30 Minuten für die Meditation und 30 Minuten im Wasser. und du hast alle Antworten auf deine aktuellen Herausforderungen, Gesundheitsprobleme, Businessprobleme, die nächsten Ziele, die nächsten Schritte. Ich hole mir aus dem Wasser immer die nächsten Schritte. Die Stadthalle Erding kam aus dem Wasser. Die Thermenausbildung kam aus dem Wasser. Ich wollte das alles gar nicht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ich werde nächstes Jahr ein Buch darüber schreiben. Ich werde jetzt auf dem Online-Marketing-Kongress darüber sprechen, weil ich eben aus diesem Wasser eigentlich alles mein Business aufgebaut habe. Und mit in Verbindung mit euch, mit allen, die eben auch schon dabei waren und viele von euch waren schon dabei. Wer mag, kann mal ich schreiben, wer schon mal mit mir in der Therme Erding war. Ja, das verbindet uns einfach so extrem, dass ich bin so dankbar dafür. Das ist einfach nur unglaublich schön. Und ja, schaut, so viele Ichs. So schön. Mit manchen von euch war ich schon zehnmal im Wasser, mit manchen zweimal, dreimal, einmal. Das ist einfach meine Welt. Und das ist eine neue Welt, die ich gerne mit euch teile. Am 6.10., also nach der Erfolgsparty, komme ich 12 Uhr in die Therme Erding. Wer mag, kann einfach dazukommen. Und wir werden dort, selbst wenn wir 100, 200 Menschen sind, diese Gruppenmanifestation machen. Mit denen, die schon bei mir in der Ausbildung waren, die werden das mit euch machen. Wenn wir zu viele sind, falls wir nur 20 sind, dann mache ich das mit euch. Ja, das wird auf jeden Fall unglaublich schön, diese Meditation und dann im Wasser das eigene Ziel manifestieren. In diesem Wasser, in dieser hohen Schwingung, da weicht alles undienliche, niedrig Schwingende. Und es ist einfach nur schön. So, dass meine Vision ist, weswegen ich auch die Erfolgsparty mache, dass ich etwas erbauen möchte, wo ich so lebe. Dass ich nur mit Menschen, die in der Fülle sind, wie in einem Dorf lebe. Und in der Mitte ist ein runder, warmer Pool aus Thermalwasser. Und da manifestieren wir jeden Abend solche Gruppenmanifestationen für die Menschheitsfamilie. Für mehr Liebe und Frieden für die Menschheitsfamilie. Denn für sich selbst Ziele manifestieren, das macht jeder. Aber für die Menschheitsfamilie etwas zu erschaffen und das zu manifestieren, das macht nicht jeder. Und das ist meine Vision, mein Anliegen, einen Zehn-Generationen-Pakt aufzumachen, wo sich mindestens zehn Menschen committen, dass die nächsten zehn Generationen weiter manifestiert wird für die Menschheitsfamilie. Das ist mein Anliegen, mein Plan, den ich hier aufbauen möchte. Gerne mit eurer Hilfe. Das geht aber nur mit Menschen, die in der Fülle sind. Und um in die Fülle zu kommen, braucht es die Kraft, die Umsetzungskraft, die Manifestationskraft, eine Vision, ein Ziel. Viele Menschen zu erreichen und Menschen das zu verkaufen, was deine Dienstleistung ist, damit du Einnahmen generieren kannst, um deine Projekte umzusetzen. Um Bücher zu schreiben oder irgendwas zu mieten oder irgendein Mehrgenerationenhaus aufzubauen, was auch immer dein Projekt ist. Dafür brauchst du finanzielle Mittel. Dazu brauchst du das Werkzeug, das du verkaufen kannst. Und deswegen habe ich für euch einen Verkäufer-Test vorbereitet. Wenn wer möchte, kann jetzt noch dranbleiben. Du musst einfach nur die Fragen für dich beantworten, ob du ein Verkäufer überhaupt das Zeug hast, ein Verkäufer zu sein. Wie von euch haben Lust auf den Verkäufer-Test? Die schreiben einfach mal Ja in den Chat. Dann teile ich das gerne mit euch. Denn Verkaufen ist das Werkzeug, um Ziele aufzubauen, finanzielle Mittel zu haben. Der Verkäufer-Test. Das sind einfach ein paar Fragen. Du kannst dich mal fragen, bist du bereit, als jemand, der offen ist, Neues zu lernen? Ja oder nein? Schreib mal Ja oder Nein in den Chat. Mach es intuitiv, denk nicht lange darüber nach. Bist du jemand, der bereit ist, seinen eigenen Selbstwert zu erhöhen? Ja oder Nein? Und ich danke euch, dass ihr so schön mitmacht. Das sieht richtig toll aus, die ganzen Jahre. Bist du bereit, für andere voranzugehen? Bist du bereit, weiterzugehen, auch wenn es unbequem wird? Wenn es sich mal schlecht anfühlt? Bist du bereit? Bist du gern ein Gastgeber für deine neuen Kunden? Ein Gastgeber. Neue Menschen begrüßen, willkommen heißen, auf Menschen zugehen. Bist du bereit, deine Ängste zu verstehen und zu ersetzen mit Begeisterung? Bist du bereit, all das loszulassen? Ängste. Und einzutauschen gegen Begeisterung? Bist du bereit, das hinter dir zu lassen, was den Mangel verursacht hat? Diesen scheiß Mangel. Bist du bereit, dahin zu schauen und das endgültig hinter dir zu lassen? Wünschst du dir eine Dienstleistung, die dich erfüllt? Wünschst du dir wirklich ein etwas, was so delicious ist, so erfüllend, so begeistert, wo du sagst, oh my goodness, das ist es. Das will ich, das ist mein Leben. und willst du weg von eins zu eins Beratungen oder Fachgesprächen oder Verkäufen hin zu eins zu zehn, also du sprichst mit zehn Menschen oder vielleicht sogar mit hundert, einfach mit mehr Menschen, dann kannst du auch grenzenlose Einnahmen aufbauen. Wenn nicht, bleibst du begrenzt, das ist auch okay. Hauptsache, du verkaufst überhaupt was, kannst gut davon leben. Wenn du jetzt überall Ja's hast, dann bist du fähig, das Verkaufen wirklich zu lernen. Und ich frage dich, willst du 100 Prozent der Kunden erreichen? Dann lade ich dich jetzt noch ein, die Kundentypen kennenzulernen. Es gibt nämlich vier Kundentypen. Wenn du die nicht kennst, erreichst du immer nur 25 Prozent. So ging mir das, als ich anfing im Verkauf. Ich dachte, ich spinne. Ich habe nur verkauft an Fische, weil ich bin Fischgeborene, vom Sternzeichen Fische. Und ich war auf Gran Canaria, verkaufte dort Timesharing, also Apartments, schöne, wunderschöne Anlagen in einem Wert von über 40.000 Euro. und ich dachte, ich spinne. Ich erreichte nur die Familien, wo Mama oder Papa ein Fischgeborener war, wie ich. Und es lag daran, dass ich nur die Sprache sprach, die ich eben spreche als Fischgeborene. Und dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt muss ich die anderen elf Sternzeichen lernen. Jetzt muss ich jedes Mal fragen, was seid ihr denn für Sternzeichen? Dann muss ich Steinbock sprechen, Waage sprechen, Stier und ich dachte, oh nein. Und dann suchte ich weiter und studierte weiter und fand irgendwann ein Persönlichkeitsmodell und dachte, Gott sei Dank, es sind vier Persönlichkeitstypen. Ich muss nur wissen, wer bin ich und muss nur drei neue lernen. Und aus diesem Persönlichkeitsmodell, das fand ich sehr langweilig, das hatte nämlich nur Farben, habe ich ein Superheldenmodell entwickelt. Und wie viele von euch sind jetzt bereit, dieses Superheldenmodell kennenzulernen und danach auch ihren Test zu machen, was du bist, damit du weißt, wen du sowieso erreichst und weißt, welche drei anderen du bisher nicht erreichen konntest. Aber wenn du das ab sofort umsetzt, dann erreichst du immer mehr. Das erste aus dem Gelben habe ich die Lara Croft genannt, was auch mir entspricht. das ist diese Abenteuerin, das sind die, die immer sofort dabei sind, wenn irgendwo was Tolles ist. Also alle, die sofort die Erfolgsparty gebucht haben, ohne zu wissen, was da passiert. Das sind alles diese Lara Crofts, diese Abenteurer, die einfach sagen, hey, Anne, geiler Scheiß, da mache ich mit. Das ist die erste Party, ich will bei der ersten dabei sein, nicht bei der dritten, fünften, zweiten, sondern bei der ersten. Das sind diese Abenteurer. bei den Männern ist es der Indiana Jones, der einfach loszieht und sagt, ja, ich gehe damit. Und ich bin mir sicher, dass hier viele Lara Crofts und Indiana Jones dabei sind, die sich für eine Gruppenmanifestation interessieren. Denn der zweite Typ, das ist der Spider-Man, das ist der rote Typ, das sind diese schnellen Macher, diese Geschäftsführer, das sind die Menschen, die du nicht lange erzählen musst, wo was wie ist oder das schnellste, das größte oder was man machen kann. Die wollen schnell auf den Punkt kommen, die wollen schnell wissen, was habe ich davon, die kaufen auch schnell, da musst du schnell sprechen. Das musste ich dann auch lernen. Und der nächste Typ ist der Batman, ist der blaue, das sind die lieben Zahlen, Daten, Fakten, die lieben die Uhrzeit, die wollen alles in Plänen haben, die wollen im Kopf alles schon genau vorplanen. Das sind Menschen, die haben Struktur, die sind super geeignet, um etwas in Struktur zu bringen, um einen Zeitplan zu machen. Das sind ganz tolle Menschen und denen verkaufst du auch, indem du ihnen die Struktur gibst, diesen Plan, indem sie sich sicher und aufgehoben fühlen. Das braucht eine Lara Croft natürlich nicht, die will nur wissen, was machen wir da, wo ist der Spaß, ich folge dem Spaß. Der Lara Croft verkaufst du alles, die wird hinterher auch nicht böse sein, wenn irgendwas nicht ganz funktioniert, die sagt, ach, es war geil, es war cool, es hat Spaß gemacht. Ich habe zwar noch nicht mein Ziel erreicht, aber es war genial. Den Batman, den erreichst du, indem du ihm erklärst, schau, jetzt hast du hier alles, du hast deine Struktur, kannst dranbleiben, du kannst umsetzen. Und der letzte Typ, das ist der Grüne, das ist der Hulk, das ist der Mensch, der ganz geduldig ist, der nicht ausrastet, sondern nur wütend wird, wenn man ihn wirklich so richtig lange wählt und quält und quält das ist so ein liebevoller Mensch, das ist so ein richtiger Familienmensch. Den verkaufst du alles, indem du ihm nicht sagst, was er oder sie davon hat, sondern die Familie. Diesen Typen ist wichtiger, was die Kinder davon haben, der Partner, die Partnerin, die Wunde, die Katzen. Wenn du dem ein Auto verkaufst, erzähl ihm nicht, wie toll er oder sie in dem Auto aussieht und sich fühlt, sondern wie stolz die Kinder sind, wie sicher die Partnerin ist, wie gut die Hunde hochspringen und runterspringen und wie viel Platz dafür die Familie ist, wenn die Familie den Urlaub fährt. Und das zu wissen ist wichtig. Und wer von euch noch nicht weiß, was du für ein Typ bist, ich habe einen Test machen lassen, einen kostenfreien Test, wo du herausfindest, ob du eine Lara Croft bist oder ein Spider-Man. Ich poste das euch auch hier nochmal in den Chat, diesen Test, den könnt ihr kostenfrei machen, um zu erfahren, welche 25% du sowieso erreichst, das ist der Typ, der du selber bist, und die anderen musst du dann quasi nur noch lernen. Jetzt hab ich es Erdmute geschickt, Mist, ich wollte es euch doch allen schicken. Ich kann es nicht gruppieren, jetzt muss ich nochmal schreiben. Also mit diesem Test, wo ich euch kostenfrei einlade, könnt ihr mit ein paar Fragen herausfinden, was du bist, die drei anderen Typen musst du dann immer erkennen und so ansprechen. Das ist die Magie, damit habe ich meinen Umsatz mehr als verdoppelt. Wie viele von euch wollen auch doppelten Umsatz? Macht diesen Test und der Weg in die Fülle für alle, die wirklich in die Fülle wollen, ist meine Akademie. Die ist TÜV- zertifiziert. Dort habe ich schon vielen Menschen im Gruppentraining geholfen oder im Einzelcoaching und ich stelle sie euch jetzt noch kurz vor, während ihr den Test macht oder für alle, Interesse haben, eine Entscheidung zu treffen, einen Schritt weiter zu gehen. In dieser Akademie kannst du deine Positionierung finden, sichtbar werden, Interessenten finden, Verkaufserlebnisse schaffen für deine Interessenten und Abschlüsse. In meiner Akademie geht es ums Verkaufen und um das Manifestieren von Umsatzzielen, darauf habe ich mich spezialisiert und du wirst das 10.000 Euro Mindset bekommen in den ersten zwei Monaten. Du kannst schon sofort in die Sichtbarkeit gehen oder erst im dritten Monat baust damit deine Interessenten auf, schaffst dann deine Verkaufserlebnisse, du hast fertige Webinare, fertige Trainings, kannst erst mal die Erfahrung machen, wie es ist, Verkaufsabschlüsse zu generieren, Kunden zu bekommen und kannst deine eigenen Coachings auch anbieten oder nimmst meine Gruppentrainings, meine Mindset Trainings, Webinare, die ich für dich vorbereitet habe. Dann generierst du deinen Cashflow, ein monatliches Grundrauschen durch Ratenzahler, Cashflow und machst dein eigenes Gruppentraining, gehst weg von diesen Einzelcoachings, machst Gruppentrainings, kannst Einzelcoachings immer noch zusätzlich machen, aber die Magie, um wirklich finanziell frei zu werden, entsteht durch Gruppentrainings, weil du nach oben kein Ende hast. Und der Weg in die Fülle durch den Master ist dieses Gruppentraining, was sechsmal die Woche stattfindet mit verschiedenen Zoom-Räumen für Marketing, Vertrieb, Manifestieren, Sichtbarkeit, wo wir alles mit dir gemeinsam machen. Ich habe mich damals entschieden, ich habe über 500.000 Euro in mich investiert, die ich nicht hatte, die ich dann aufgebaut habe und ich gebe dir einfach all das Wissen weiter. Du bekommst Zugang zu meiner Mediathek, wo du das Mindset-Training bekommst, das Manifestieren, die Sales-Mastery, die Marketing-Mastery, ganze Buchvorlagen, kannst dein Buch auf Amazon hochladen, das zeige ich dir alles, wie ich das gemacht habe, bekommst meine ganzen Leitfäden, wie ich mit Menschen schreibe, wie ich mit Menschen Beratungsgespräche mache, bekommst fertige Landing-Pages, ist eine All-done-for-you-Lösung, wenn du auch Bilder-All nutzt, wie ich, kann ich dir alle meine Seiten einfach geben, du musst sie nur überarbeiten, bekommst meine fertigen Webinare, Workshop-Vorlagen und das Besondere ist, du bekommst auch viele Sachen, die du gleich verkaufen kannst, kannst zum Beispiel ein Gruppentraining machen zum Master-Key-System, machst dazu einmal die Woche dein Gruppensum oder du nimmst mein Mindset-Training oder die Verkaufs-Psychologie, die du auch als Gruppen-Psychologie verkaufen kannst für deine Expertise oder du nimmst die zehn universellen Gesetze, das findest du alles in der Mediathek, musst dich nur für eine Sache entscheiden, verkaufst eine Sache, hier siehst du meine zwei Bücher, bekommst die Buchvorlagen, kannst mir alles nachmachen, lass dich einfach begleiten von mir, wenn du dich bei mir wohlfühlst, kannst ab sofort starten, fang einfach an Menschen einzuladen in dein zum Beispiel Mindset-Training, zu den universellen Gesetzen, zu den Raumnächten, zu deinen Gruppentrainings und fang an zu verkaufen, das sind hier nur Beispiele, das kannst du dann für dich entscheiden, was, für wie viel du verkaufen willst, bekommst von mir fertige Webinar-Folien, hier hast du ein Beispiel, wie das aussieht, kannst ab sofort starten, es gibt nur drei Spielregeln, wenn du sagst, ja ich will jetzt fülle, ja ich will jetzt mindestens 10.000 Euro oder mehr, ja ich bin jetzt bereit mich vom Mangel zu verabschieden, ja ich will es endlich wissen, ich will endlich diesen Durchbruch erleben, dann komm in den Master, denn da lernst du alles, wie du dein Mindset ausrichtest, Mindset macht 80% aus, Strategie und dann das Umsetzen macht 20% aus, deswegen üben wir auch zweimal die Woche das Manifestieren, einmal die Woche das Mindset, damit du da wirklich drin bleibst in dieser Energie und wenn du sagst, ich will, ich kann, ich tue es, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine WhatsApp oder buche einen Termin kostenfrei, dann sprechen wir über deine Situation, wer sich fürs Einzelcoaching interessiert, treffen wir uns auch eine Stunde kostenfrei auf Zoom, du findest auf meiner Homepage den Master für 9.997 Euro, dort kannst du den jederzeit buchen, heute gebe ich für euch für drei für euch einen Platz frei für weniger als 9.900 heute für nur 3.997 Euro, also für alle, die mir jetzt eine WhatsApp Nachricht schreiben, ich will mehr darüber wissen oder ich habe Interesse oder ich will in den Master, ich will mehr über den Master erfahren, ja, ich erzähle euch das dann ganz in Ruhe am Telefon oder auf Zoom, dazu müsst ihr nur mir schreiben und dann feiern, tanzen, lachen und leben wir in der Therme oder bei der Erfolgsparty oder du bist später mal Gast in meinem Dorf, wir haben wie gesagt heute drei Plätze frei für den Master für 3.997 und du kannst auch dabei sein ab einer Ratenzahlung von 100 Euro wenn du dich interessierst für deine Umsätze und mal wissen möchtest wie was ich machen würde wenn ich du wäre dann schreib mir einfach und ich schaue mir dein Business Modell an sag dir wie ich es machen würde und dann kannst du entscheiden ob du das so machen möchtest und alle die wenig Geld haben viele Menschen die nicht verkaufen können sind meistens pleite dafür gibt es heute die Möglichkeit ab 100 Euro monatlicher Rate mit dabei zu sein wir sind ein Teil ausgewählter Menschen ich lade dich ein zum Telefonat schreib mir einfach eine Whatsapp Nachricht ich glaube ihr habt fast alle meine Whatsapp Nummer wenn nicht stelle ich sie euch hier nochmal in den Chat und freue mich einfach wenn jemand auch den Weg der Fülle wählt dass wir uns dazu mal austauschen können ich nehme euch auf meinen YouTube Kanal mit mache mit euch einen Podcast ich stelle euch jetzt gleich den Online Kalender von mir rein da könnt ihr euch einen Termin aussuchen legen wir gemeinsam dein Ziel fest dann beginnt deine Reise dann hast du auch so viele Menschen in einem Zoom Raum wie ich heute ich habe auch bei null angefangen es ist wirklich Menschen als Umfeld als Interessenten als Community als Fans aufzubauen viele von euch kennen mich schon länger oder manche erst ganz kurz du musst einfach nur anfangen auch ich hatte mal auf Facebook null auf YouTube null überall null aber ich habe eben angefangen und wenn du nicht alleine anfangen willst sondern dir auch Unterstützung suchst such dir gerne einen Termin aus ich stelle euch jetzt den Link in den Chat dann schaue ich mir das an das ist alles kostenfrei das ist mein Geschenk an dich weil du ein Ziel hast weil du heute hier bist weil es dich irgendwie gerufen hat weil du dein Ziel ernst nimmst weil du das erreichen willst aber vielleicht alleine nicht schaffst trag einfach deine Positionierung ein deine Business Idee dein monatliches Umsatz Ziel was du in den nächsten sechs Monaten erreichen willst klick auf Termin buchen und dann melde ich mich bei dir und dann kommst du mit in den Master und wirst es nicht wie in anderen Kursen in sechs Monaten nur hingehalten musst Positionierung machen Kunden Avatar Angebote und dann wirst du alleine gelassen wir machen das ohne Kunden Avatar wir machen das ohne diese ganze Schreibarbeit wir machen das über die Vorstellungskraft über Mindset Manifestationskraft denn die meisten Menschen haben keine Manifestationskraft und keine Umsetzungskraft Es kotzt mich an zu sehen wie die Menschen bei großen Größen tausende Euro bezahlen aber die Dinge nicht umsetzen können weil die Energie fehlt deswegen setzen wir bei der Ursache an bei der Energie wer möchte kommen zur Erfolgsparty am 5. 10. fühle diese Energie wer jetzt schon weiß dass er gerne mit mir im Master weiter gehen will da bekommst du die Positionierung in der ersten Woche gehst in die Sichtbarkeit hast deine Interessenten schaffst dein Verkauf Erlebnis baust dir deinen Kundenstamm auf und hast schon in der Woche 6 deine ersten Einnahmen wenn du richtig mit dabei bist vorausgesetzt ist wenn du das buchst dass du dabei bist also nicht denken ich starte ab 100 Euro und mache nichts das funktioniert auch bei mir nicht sondern du musst dann wirklich dabei sein hier das ist der Stundenplan für den Master Montag um 9 und Freitag um 9 ist der wichtigste Call um deine Wochenziele zu manifestieren um Woche für Woche zu wachsen Dienstag 21 Uhr ist die Mindset Mastery das Mindset Training angelehnt an Bob Proctor und das hat mir ehrlich gesagt am allermeisten geholfen diese Lektionen dort das war der Hammer ich wollte es erst nicht lernen ich hatte erst keinen Bock das alles auf Englisch zu machen dann habe ich es ins Deutsche übersetzen lassen dann hatte ich immer noch keinen Bock dann habe ich das einfach mit zehn anderen Frauen angefangen und alle sind über sich hinaus gewachsen und dann habe ich das immer weiter gemacht mache das jetzt immer regelmäßig jeden Dienstag jede Lektion also immer eine Lektion am Dienstag und nehmen euch einfach mit das ist mit mir gemeinsam wir einen großen Benefit einen großen Mehrwert aufbauen wer Bob Proctor nicht kennt das ist der Mr. Secret der hat den Film und das Buch des Secret geschrieben der ist aus Amerika ist leider letztes Jahr verstorben und es hat mir einfach so sehr geholfen und ich habe mein Training angepasst ich habe es modifiziert und erkläre euch eben auch alles so mit meinen Worten wie ich es verstanden habe wie ich es gelernt habe wie ich einfach das lebe ihr könnt es dann so euch aufnehmen übernehmen es ist wirklich richtig einfach und schön ihr könnt das Training auch weitergeben und mit anderen Menschen dieses Mindset Training trainieren wir haben viele die Technik Probleme haben deswegen gibt es Donnerstag 21 Uhr im Technik Call meistens mit Anna Lea aus meinem Team und wir haben viele die mit Sichtbarkeit noch Probleme haben die keine Videos machen keine Stories sich nicht trauen deswegen gibt es Montag und Freitag immer ein Sales Training da trainierst du die sieben Verkaufsformeln meistens mit Dagi aus meinem Team und machst Videos wer in der Einzelbegleitung ist so wie Melania oder Martina ihr habt Dienstag und Donnerstag immer die Möglichkeit mit mir eure Fragen zu stellen und ich sage euch dann immer wie ich es machen würde ich bin keine Meisterin ich bin kein Guru ich sage euch einfach immer nur okay dann würde ich das so machen und du entscheidest dann ob du das so machst oder nicht gut oder gut denn ich kann alles nur euch so weitergeben wie ich es wahrnehme in dem Master sind auch diese Masteries inkludiert die du auch einzeln buchen kannst wenn du also Interesse hast einzeln die Mindset Mastery zu buchen oder die Sales Mastery oder den Technik Call dann schreibe mir dass du gerne erst mal smart starten willst mit zum Beispiel der Sichtbarkeit oder dem Mindset Training das empfehle ich wirklich allen dieses Mindset Training ist der Hammer dann schreib mir bitte eine Nachricht dass du dabei sein willst und dann bist du dabei das war die Anne-Christin Holm Akademie TÜV zertifiziert hat ein Qualitätssicherungssystem ist leistungsfähig zuverlässig kompetent ist auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet und ist ein System was erschaffen wurde dass es dich gezielt zu Umsatz führt wer von euch also dafür Interesse hat schreibt mir dann freue ich mich können wir einfach uns mal austauschen für alle die jetzt nicht live dabei waren ich biete diese Gruppenmanifestation jetzt öfters an weil es mir einfach auch aktuell hilft und ich damit die Stadthalle Erding einfach manifestiert habe und dass der Beweis ist dass es funktioniert und die nächsten Termine findest du immer in der School Community die School Community ist nicht die Akademie da gibt es keine kein Zugang zu Kursen die School Community ist einfach von mir ein kostenfreier Zugang für dich für die nächsten Termine die nächsten Webinare für wann ich wieder in der Terme bin wann ich dich einfach kostenfrei einlade als Fan als Community wer bei mir Kunde ist hat einen anderen Zugang zur Mediathek und bekommt dort die Unterlagen die Leitfäden das ist ein anderer Zugang also wer im Master ist findet ihr immer alles in der WhatsApp Gruppe und auf Mentor Tools wer Interessent ist wer jetzt nicht Kunde ist findet alles was für Nicht Kunden zugängig ist in der School Community also da lade ich euch ein schaut auf meine heutigen Insta Storys verbindet euch mit mir auf Insta da findet ihr die Links auch für die School Community damit sage ich danke für die heutige Gruppen Manifestation und beende auch die Aufzeichnung